Hallo und herzlich willkommen auf Virela.de Wir schauen uns nun weitere Abiturübungsaufgaben an Nämlich dieses Mal geht es um sogenannte Funktionsverständnis Das heißt Eigenschaften von Funktionen und daraus Möglichkeiten ablesen Zum Beispiel haben wir jetzt hier auch Funktion f von x gleich 2 durch x plus 2 Und die Aufgabe wäre, wir haben einen Punkt 1 und v Der liegt auf jeden Fall auf der Funktion Und wir wollen rausfinden, wie ist gerade die Tangente Wenn ich jetzt die Tangente an die Funktion anlege, gerade an Punkt 1 und v Und dann möchte ich die gleich mit der Tangente natürlich Und als zusätzliche Aufgabe den Schnittpunkt mit der x-Achse Also die Nullstelle dieser Tangente Okay, das allererste, was wir tun können, ist Dieses v, dieses v steht jetzt da Weil man jetzt erstmal überprüfen möchte Kann man da den y-Wert ausrechnen Das ist nicht allzu schwer Hier dieses v zu bestimmen, setze ich einfach den x-Wert 1 in die Funktion ein Also f von 1, Nullnische 2 durch 1 Plus 2, hier oben eingesetzt 2 bis 2 ergibt 4 Das heißt, unser Punkt p ist 1 und 4 Und jetzt wissen wir also, die Tangente muss an Punkt 1 und 4 angelegt werden Nun, eine Tangente einer Funktion hat ja genau die gleiche Steigung an diesem Punkt Wie die Funktion selbst Das heißt, wir müssen die Steigung der Funktion an Punkt 1 und 4 berechnen Nun, die Steigung der Funktion an einem Punkt Das ist gerade die Ableitung an diesem Punkt Das heißt, wir müssen die Funktion ableiten Also f' von x Die Ableitung Im Wesen f von x Können wir auch schreiben Statt 2 durch x Als 2x hoch minus 1 Dass wir die Ableitungsregel anwenden können Plus 2 Und das ist jetzt viel einfacher abzuleiten 2x hoch minus 1 Die minus 1 kommt nach vorne Das heißt, ich stelle da Minus 1 mal 2 Das ist minus 2 Und hier oben wird es um 1 reduziert Also minus 1 als weniger ist minus 2 Also 2x hoch minus 2 Und plus 2 Die 2 abgeleitet fällt weg Die können wir also weglassen Wir können es wieder umschreiben hier Minus 2 durch x² Weil x hoch minus 2 In der Nahgeschalttheit x² ergibt Okay, und jetzt haben wir also unsere Ableitung Und wir wollen wissen Was ist gerade die Ableitung an der Stelle 1 Das heißt, ich bestimme die Ableitung an der Stelle 1 Indem ich hier 1 einsetze Minus 2 durch 1 in den Quadrat Und das ist minus 2 Da ich hier gerade gesagt habe Die Steigung der Tangente ist gerade Die Ableitung der Funktion an diesem Punkt Können wir schreiben hier Minus 2 ist gerade Steigung der Tangente Also mt Und allgemein worden mit Tangentengleichung y gleich mx plus b Jetzt haben wir also schon m herausgefunden Oder mt Es fehlt also nur b Ja, wenn ich jetzt nur eine einzelne Variante habe So fehlt Kann ich jetzt y und das x einsetzen Das ich hier aus dem Punkt 1 zu 4 habe Das heißt, y wäre 4 und x wäre 1 Steht da 4 gleich mt haben wir herausgefunden Das ist minus 2 x ist in diesem Fall 1 Mal 1 plus b Also Nun minus 2 mal 1 ist minus 2 Dann mache ich also plus 2 Um das auf die andere Seite zu bringen Das steht also da 6 In unserem Fall b Das heißt, die allgemeine gleich in der Tangente Ist gerade y gleich m Also minus 2 x plus 6 Damit hat ein Teil der Aufgabe schon erfüllt Und der letzte, der kleine Teil ist nur noch Der Schnittpunkt mit der x-Achse Also die Nullstelle Das heißt, ich muss diese Tangentengleichung gleich 0 setzen Das ist jetzt auch nicht mehr schwer Wir machen die 2x auf die andere Seite Teilen noch durch die 2 Und dann bekommen wir die Lösung 3 Das heißt, wir wissen Der Schnittpunkt mit der x-Achse Ist gerade an der Stelle 3 und 0 Also die Nullstelle der Funktion An der Stelle 3 Schaut doch mal auf der Homepage www.lurelda.de vorbei Besucht uns bei Facebook Dankeschön